Ja Leute was geht, herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video Oh oh Mit dabei ist heute der liebe Eskischon Heute spielen wir mal eine Round Fortnite Und zwar habe ich geplant, dass wir eine kleine Challenge-Hip machen Tobi, das ist mein Kanal Tobi, das ist mein Kanal Bitte halt kurzen Mund, ich will leider erklären, was wir machen, ja Leute, wir spielen wieder eine Runde, wenn nicht du wär, Tobi Und diesmal auf extreme Variante, ja Es gibt jetzt wirklich keine Grenzen, meine Freunde Es geht darum, am Ende den Win zu holen Aber, Leute, vorrangig geht es darum, unseren Mitspieler richtig, richtig abzufangen Tobi, ich habe mir die perfidesten und dümmsten Sachen ausgedacht Hast du nicht, du sagst jetzt nur, dass du mir Angst machst, du hast dir noch gar nichts ausgedacht Doch Tobi, ich habe mir tatsächlich gerade beim Kacken was ausgedacht, Digga Und ich bin echt ein diabolischer Mensch, Leute Tobi, und zwar beginne ich jetzt einfach mal, okay Ich habe ja gesagt, wir spielen es heute ein bisschen extremer, wenn ich du wäre, ja Wenn ich du wäre, Tobi, würde ich hier oben auf dem Berg landen Und erstmal einfach 5 Minuten erstmal gar nichts machen, mein Freund Du darfst nichts looten, du darfst dir angucken, wie ich nämlich rund in dein Toilettenparadies gehe Und erstmal schön alle Gegner auseinandernehme Du willst, dass ich 5 Minuten hier auf dem Berg warte Mhm Weißt du, wieso, weißt du, ich komme hier von der Arbeit heim Und muss wieder mit dir sowas spielen Mhm, mhm, weißt du warum Ich stelle mir jetzt einen Timer auf 5 Minuten Und du kannst mich jetzt für 5 Minuten komplett abarren Super, perfekt Nee, wenn ich du wäre, dann würde ich auf der Brücke hier landen Und erstmal eine Minute tanzen Eine Minute? Digga, ist das dein Ernst? Hey Junge, das kann doch kein Win ergeben dann, Alter Und wenn da Gegner kommen? Ja, dann musst du tanzen, das ist ja nicht mein Problem Ja, aber was soll ich dann Leute, hört auf, wir haben UFO Bilder von mir in den Briefkasten zu schmeißen Ihr Affen, Alter Hört auch Bilder von mir auszudrücken Wenn die Lengis jetzt bei mir oben ist, darf ich das dann, äh, darf ich den töten? Nee Ja, dann lass ich mich jetzt töten Darf ich die Waffe hier aufnehmen? Nimm, was du willst, aber du musst doch die Minute tanzen, merkst du Ich weiß gar nicht, wie abgrundtief ich dich gerade hasse Ach, Junge, Mann Was, Junge, Mann, ich muss 5 Minuten auf dem Berg hier stehen Digga, ich stehe hier auch die ganze Zeit drum, Alter Tobi, kann ich aufhören? Ne, jetzt darfst du, mach einfach wieder jetzt Okay, nice Ach Gott, ich sehe gerade Leute da vorne, ja, moin Digga Ja, ich sehe den auch, aber ich werde ihn ja nicht abschießen So, Rivi, wenn ich du wär Ja, wenn ich, wenn ich was Ich überleg mal, mach jetzt mal dein Ding da Du wirst eh gleich sterben, dann wirst du ausrasten Dann kann ich in der neuen Runde dich nochmal richtig schön aus, äh, ab, ne? Hier Einer looted gerade den LKW hier Und der eine Du hast sie vier geworfen Ebi, du weißt, dass du die alleine jetzt nicht unbedingt kriegen kannst Wo ist denn der? Ach doch, einer pusht dich jetzt Der ist in dem Hause jetzt Jetzt, ne, doch nicht Es sind beide bei den LKWs, bei den zwei Beide bei den LKWs Ach doch, einer links, Klaus, links, Klaus Der pusht hoch, der fliegt hoch Links neben dir jetzt, Klaus direkt Ja Wenn ich du wär, ne? Ja Würde ich diese Runde Sämtliche Kills nur für mich vorbereiten und selber keine machen So, die Gegner schön losschießt, die komplette Runde über und ich hol mir dann die Kills, okay? Okay, wenn ich du wär, würde ich mir dann den Loot überlassen von denen Macht gar keinen Sinn Macht doch Sinn Vielleicht geb ich dir auch was ab Weil ich bin nett Ich bin nicht so wie du Okay, aber wenn du einen killst, dann musst du dich selber umbringen Okay Wenn ich du wär, würde ich jetzt rausspringen Ja, es macht Sinn Ja, weiß ich Außerdem war ich dran Hä, nein Ne, war ich nicht Ja, siehst du, ich tu dir auch was Gutes, Alter Ne, aber für gute Sachen bin ich jetzt echt nicht mehr zu haben Okay, dann f*** ich ins Knie, Digga Wenn ich du wär, würde ich mir einen Kugelschreiber ins Auge rammen Ich bin, okay Tobi, Tobi, warte, nein, nein, Tobi, Tobi, du hast auch So, haben wir wieder einmal gelacht, jetzt leckt mich wieder am Arsch F*** Zwei Gegner Wird gepusht Oder sind schon Gegner draus? Was? Wir pushen die, ich hitte die an Oh, da Dort, der ist ultra laut, der Typ Gegenüber Danke Kein Ding, hab ich gern gemacht So, hier drüben sind noch irgendwo Gegner Ja, kannst du dir dann schön vorbereiten, ne? Ich komm dann, wenn's so weit ist Mach ich, mach ich Mach ich Hab ihn einmal hittet Das reicht noch nicht, ne? Das weißt du selber Ne, ne, ich, ja, das ist mir bewusst War ja gar nichts hier Der, der links, der ist Oh, Levi, ich sterbe gleich, wenn ich den hier nicht töten kann Guck mal hierher Musst'n der? Hier neben mir auch noch einer Levi, der baut sich auch gerade hoch Levi Ja, ja, komm doch gerade Guck mal, er ist so ultra laut, er hat, er hat falsch anbekommen Hat er so laut Er hat minus 40 ohne Schild bekommen Kann ich das Jagdgewehr haben? Ne, ich nehm, ich spiel gern mit Jagdgewehr Kann ich die Schild tränke? Nimm's, nimm's, nimm's Dankeschön Nimm alles Wenn ich du her, würde ich den Busch hier trinken Den was? Busch hier nehmen Trinken, hallo Ich kann den Busch nicht trinken Tobi, du hast gesagt, ich kann den Warte, ich versuch's mal Man kann ihn nicht trinken, es tut mir leid Okay Mach jetzt Du hast leider noch eigentlich gesagt Du hast trinken gesagt, es tut mir leid, es klappt nicht Ich kille jetzt ein und bringe mich dann einfach um Junge, stopp, Mann, Junge, ist das unnötig, Alter LÖSEL UNNÖTIG Wenn ich du her, würde ich nur noch mit dem Einkaufswagen rumfahren Und wenn ein Gegner kommt, darfst du ihn schon weglegen Aber so erstmal nur rumfahren Ist das dumm, als Busch auch noch, Digger Ich bin das angreifbarste Ziel in ganz Fortnite, Junge Ich hasse dich so sehr Juhuuu Ja, ich bin tot, glaube ich, fast Tobi, dann push mal mit mir ruhig Ich darf keinen Kill machen Ja, das passt schon Passt schon Der hier ist ultralau immer noch Darf ich auch einen Kill machen, wenn du stirbst? Nö, nö Wenn du knocked bist? Okay So, wo ist denn sein Mate? Ey, der klaut meinen Einkaufswagen! Warte mal, was? Der klaut meinen Einkaufswagen da vorne Tobi Challenge nicht bestanden, du musst ihn holen Sonst ist deine Challenge ständig Der hat meinen Einkaufswagen geklaut Tobi, das, ganz ehrlich Damit rechnet keiner, dass irgendein Trottel kommt Da war ein Irren im Fastsitz Ey, der läuft einfach weg und klaut deinen Einkaufswagen Was soll das, Junge? Hey, wie schnell ist der weggefahren? Da ist er, da oben Wo? Komm, Tobi, du darfst mich angreifen Aber auch nicht mehr, ne? Oh Wo ist denn der? Über mir, er fliegt hier Hab ihn, oh, 78 Der hat nur das 10 HP, 10 HP Ich darf nicht, ich darf nicht machen Alles gut Warte, warte den Loot Warte kurz, bevor du irgendwas nimmst Ich krieg das blaue Jack quer zurück Ich hasse mein Leben, Alter Muss ich den Einkaufswagen jetzt zurücknehmen? Ja, der ist hier unten Komm, nehm ihn Wie viel Mats hast du? Oh, da vorne ist er Ich kann nicht aufsteigen Mann, Levy Er hat einen Hit Oh, er ist hier Er hat schon, glaube ich, das Schild von mir weggeschossen bekommen Oh, Gornitz-Garlit Oh, Mann, nein, nein Ich habe keine Baumaterialien Du darfst mitkillen, du darfst mitkillen Okay Oh, Gott Oh, Gott, nein Nein, 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 nein Ich habe 1800 HP Oh, nein Levy, ich muss mich heilen Ich werde gefändigt, ich werde gefändigt, Tobi Bist du nicht? Ich habe keine Bau mich ein, ich habe sechs Baumaterialien nur noch Tobi, wenn ich du höre, will ich den hier töten Hä, was machst du? Ist dein Ernst? Du hast diese, wenn nicht du wäre, Janet, dich bestanden? Nein Doch, ich bin gestorben, Tobi Das ist schon mal ein Minuspunkt für die nächste Runde Das hat gleich ein Doppelten Nein Du hast deine Fresse nicht bestanden Halt deine Fresse, du f***er Mann Junge, ich hatte 30 HP, du Opfer Oh, ich bin Tobi, ich bin so schlecht in dem Game Ich hatte null Kills Oh, hör, null Kills, weil ich dir die Kills lassen soll Wahrscheinlich deshalb, oder? Nur weil du kacke bist Wenn ich du wäre, würde ich jetzt die ganze Runde irgendwas auf deinem Kopf balancieren Junge, ich habe jetzt die Fernsehne von meiner Klimaanlage auf dem Kopf Okay Das ist so dumm von dir Vor allem wird die eh runterfallen Nee, du darfst dich halt einfach nicht bewegen Junge, ich muss mich aber bewegen Allein, wenn ich mich nach rechts und links drehe Dann musst du halt aufpassen Balance, finde deine innere Balance Mein Ding ist mir Kopf gefallen Oh, oh, oh So, Strafpunkt Doppelt, wenn ich du wäre Tobi Tobi Frage Frage Wenn du die Frage richtig beantwortest, dann darfst du ohne doppelt, wenn ich du wäre, weiter starten Das heißt, du bist dann dran, ja? Ja Wie hoch ist der Eiffelturm auf den Zentimeter genau? 311 Meter und 92 Zentimeter Gegner bei mir? Erst 300 Meter Tobi, ich bin gleich down Wo? Komm zu mir Komm noch zu mir Hab beide down Naja, 300 Meter Das heißt, ich bin dran Hier liegt eine blaue AR, Tobi Außerdem war ich mit 311 Metern schon wirklich ziemlich nah dran Wenn du jetzt ein Ehrenmann wärst, würdest du mir das einfach lassen Bin ich ein Ehrenmann? Nein, bist du natürlich nicht Okay, ich lasse es Gelten Kann ich dieses Ding jetzt vom Kopf nehmen, Alter? Nein Mann Was für eine Frage war das jetzt? Junge, ich hasse es so sehr mit dir zu spielen Kann ich meinen, wenn ich das Auto kurz mit der Affärmeldung von meinem Kopf ausmachen? Ich muss die Kost von meinem Kopf nehmen dafür Ich sehe ja nicht, was das für eine Taste ist, Alter Du hast dich schon oft genug aus- und angemacht Okay Hab's geschafft Ich weiß zwar nicht wie Ja Lüge Davy Du wirst die Gefährmeldung von dem Kopf haben, ne? Würde ich sie jetzt in den Mund nehmen, anstatt in den Kopf Boah, du bist so ein Blöder Ey, Lohr, Tobi Wie? Bis wir gemeinsam den Kill haben Wie soll ich mit dir jetzt spielen, hä? Ich verstehe dich nicht Wie soll ich mit dir kommunizieren? Ich kotze gleich Eier Davy, nimm den Schwarz aus dem Mund Ich, Tobi Yo, was geht? Wie soll ich mit dem Video Unterhalter gestalten, wenn ich mit dem Schwarz Die, äh, Dicke, wenn die mit dem Schwarz, weil die voller Sauber ist, ich rechte aus Kannst du bitte mal aufhören, so zu nuschen? Haha, ich hasse dich heute, ja Guck mal Ich hab die Kost umgedreht, weil sonst läuft die voller Sauber und dann ist die kaputt Okay? Ja, ist alles gut Ja, ja, das ist klar Wenn die Leitung funktioniert, dann musst du gut bezahlen Aber, du kannst doch einfach aufhören zu saubern Das ist so, ich kann nicht aufhören zu saubern, wenn ich rede Haha, haha, haha Ein gemeinsamer Kill Hey, Alter, vor und vor und geht, na? Oh, der ist aber auch hier vorne Haha, wo? Oh, hier Ah Ja, das ging relativ schnell, muss ich sagen Nein, Levi Was denn? Mein Game ist gecrashed Ey, leck mich doch ab Also die Schuld kannst du jetzt echt nicht auf mich schieben Natürlich kann ich das Kauf dir noch einen PC, Alter Ich habe eine Familie zu ernähren, das hat die Fresse Einen Scheiß hast du, Digga, deine Familie ist eine zahnlose Obdachlose Okay, okay, auf Familie gehen ist sie ehrenlos Ciao Ich habe die Scheune wieder schön gemacht Wenn ich du wäre, würde ich jetzt Deine Mutter wünscht dich wäre schön, du Junge, chill mal bitte Nein Tobi, wenn ich du wäre, würde ich jetzt eine richtig starke Runde performen, Alter Richtig geile Kills machen Wenn ich du wäre, würde ich jetzt aufhören, Matt zu sein die ganze Zeit Ich bin nicht Matt Hey, hey, wie Boah, das sind Hier ist der Boah, Digga Was? Ich habe einen Knock Habe ich Das war ein schönes Teamplay Ne? Wir müssen medikitieren Hier sind blaue Sniper, falls du die willst, ja? Du, alles gut Wenn ich du wäre, Tobi, würde ich jetzt Den nächsten Gegner einen Headshot geben Und dann das Game gewinnen Vor uns wird gebaut, Anne? Ja, der ist links im Fenster Jetzt nehmen wir Wollen wir hochbauen Ich habe einen Knocked Oh, ich hätte den anderen gekillt Echt? Hast du? Du bist in den Weg gelaufen Nein, ich hätte Ich habe den so gelassen, Alter Ja, danke, danke, danke Da bin ich auch echt dankbar für Also wirklich Da kann man auch gar nicht anders sagen Danke dafür Oh, ich war angeschlossen Nein, den Tobi Komm, komm, komm Wir gehen hier rein Einer von außen, noch von außen Weiß nicht, wo die gekämpft haben Unter mir, unter mir Oh, nice, Digga Oh, da hinten auf dem Ein Dach da Welches Dach denn? Ja, 105 Unter uns, oder? Ja, schon close Habt ihr einen Knocked? Ich bin Locked Oh mein Gott, Digga Ich habe ihm so viel gegeben Warte, warte, warte Wenn ich dubbel, würde ich mir die lassen Ich war eher dran Wenn ich ich wäre, würde ich dir die geben Oh, der Gegner 2,85 Können wir es rausschneiden, aber mein Sack juckt Wenn ich dubbel, würde ich das drin lassen, Thomas Thomas, das spiel ich mit Die laufen schon bei Loot Lake Sind wir dumm? Sind die? Ja, die laufen schon bei dem Haus da hinten Hier vorne wird direkt gebaut, Bro Da, da sind wir Warte, 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 noch nicht Sonntag Natürlich sehen sie uns, Alter Das wird jetzt ekelhaft Du hast ihn Knocked, oder? Ja, hab ich Komm, wir holen ihn jetzt einfach Der Knocked ist nochmal runtergefallen Der andere ist über mir Also, der kommt direkt vor uns Nice Danke Nee, aber Kein Ding Kein Ding Tobi, vorne ist, genau Vor uns Down Der wurde aber gerade von irgendwo beschossen Ja Uh, 195 Ich habe ihn gelegt Oh Ja, links, Süden ist einer Haben wir nochmal hinten links? Hey, hier schießt irgendeiner Unser Zeug kaputt Aber es sind die zwei Wir zwei Und noch zwei Unter uns Nein Boah Digga, haben wir uns gar so gesaved Boah Ich muss runter Ich bin fast tot Ich bin tot Nein, nein, nein Wo ist denn der? Digga, ich habe 120 Von 120 Jahren Ich bin Knocked Hey, Mann Er findet nicht mich Dieser hässliche Sohn Wie kann man so ein hässlicher K***er Sein Kein Bock mehr Ein Busch mit Jetpack, Digga Was für Tryhard Die rechts fahren immer noch da, oder? Ich weiß Ja Ich habe keinen Bock mehr, Tobi Mit dir zu spielen Ohne wird es kotzt mich nur noch an, Alter Tobi, wenn ich du wäre, würde ich besser in diesem scheiß Game werden Besser als du Hab ich gesehen Hab ich gesehen Matt, Respekt an dich, Digga Matt, wirklich Wenn ich nicht zweimal Counterbildet hätte, wären wir zweimal runtergefallen, Alter Du hast nichts gemacht in der Zeit Ich habe Counterbildet Du hast nichts gemacht, Digga User disconnected from your channel Mein Gott Das war's von dieser wunderschönen Runde Wenn ich du wäre, Leute Lasst einen Daumen nach oben da Schaut unbedingt bei Askation vorbei Auf Wiedersehen Tschüss Weißt du Es ist entweder Ich kriege einen Kill Und er war geklaut Du kriegst einen Kill Und ich bin scheiße Oder ich lasse dir einen Kill Es ist okay Oder du lässt mir einen Kill Dann ist es wieder von mir geklaut Und dieses Spiel Ist einfach Kompletter Bullshit Ich habe keinen Bock mehr Es ist scheiße Es fangt mich ab Hättest du diesem Spiel gegenüber Ein anderes Mindset Wenn du nicht dauernd so mad wärst Oder so richtig Komplett Gegen Meine Kills wärst Ich wäre so gut in diesem Spiel Ich bin gespannt Ich bin gespannt Ich bin gespannt Bis zum nächsten Mal.